So, Matthias Clemens hat ein Video hochgeladen. Wir gehen mal gucken, was Matthias Clemens pustet. Stein. So lügen Inscope, Tim Gabel und Co. ihre Fans an. Ist das Feuer über Mordor? Sind das die Berge von Mordor, die brennen? Thema Nico und Inscope. Jahresgucklick hab ich auch gesehen. Da mach ich auch noch einen Teaser. Es ist so geil. Holy shit. Es ist so geil, was passiert ist. Ich hab hier auf meinem Dings geguckt. Jahresgucklick, Tim und Nico, Inscope. Und die haben sich da so übertrieben in die Opferrolle fallen lassen. Demen wurde dieses Jahr nur Unrecht getan. Die wurden tausendmal abgezogen. Die wurden dies, die wurden das. Das Thema mach ich jetzt ganz kurz, weil das will ich rejekten. Ich will das rejekten und das will über's heute rauskamen. Das hab ich auf Instagram gepostet und das war mein letzter Instagram-Post. Es wird bis zu meinem Comeback auf Instagram nichts mehr passieren nochmal. Ich hab hier da so einen Post gemacht, weil ich es witzig fand. War aber mein letzter Post, den einen Post muss ich machen. Das war zu witzig einfach. Auf jeden Fall, gestern sah ich diesen Jahresrückblick, wo die beiden sich übertrieben haben und die Opferrolle fallen lassen. 25 Mal gelogen haben, wo ich 25 Mal beweisen kann, dass die lügen. Das wird ich reakten, aber ohne eine einzige Beleidigung. Ich werd nicht mehr sagen, Nico, du sch... Oder du ba... Ich werd euch... Du sch... oder du ba... Okay, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das Video vermutlich sehen. Und wir werden ein Beleidigungs-Counter sein. Wir werden einen Beleidigungs-Counter aufhaben. Wenn Matthias Clemens sagt, dass er ein Video ohne Beleidigung reaktet, dann bin ich wirklich... Oder du sch... oder du... Oder du... Ich bin wirklich... Hm. Hm. Wir werden sehen, ob er es schafft. Klip und klar aufzeigen diese Reaction, diese beiden Jungs lühen. Und um die lustigste Lüge rauszufiltern, guck mal Leute, Tim und Nico, ihr seid krass. Ihr seid einfach krass. Ich möchte kurz einen Abriss machen, vielleicht für den einen oder anderen, die ihn hier nicht kennen und nicht wissen, wie die Historie ist. Das ist Matthias Clemens, Geschäftsführer oder gerade pausierender Geschäftsführer von Sekt Plus. Das ist so eine Ernährungsmittelfirma, Zusatzstoffe für Fitness. Koffee, also auch so Pulverchen. Kennst du Tablettchen zum Nehmen, damit deine Muskeln besser wachsen und sowas. Ja. Matthias Clemens, immer schon eine sehr kontroverse Person gewesen im Umgang mit Influencern oder sagen wir mal allgemein mit diesem ganzen Influencer-Ding. Aber er hatte eine Firma Sekt Plus, die einige YouTuber gesponsert hat, unter anderem Inscope und Tim Gabel, weiß ich gar nicht, aber Inscope definitiv. Und diese Sache ist auseinandergegangen und dann gab es richtig Stress. Und die haben sich richtig, oh, das war richtig krass. Und wir hatten eine 6-Stunden-Reaktion. Ich glaube, es war eine 6-Stunden-Reaktion auf ein Ansagen-Video oder auf ein Video von ihm. Und das war wirklich Marathon. Der Mann hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Also wirklich, der ist wirklich sehr, ich finde das auch gar nicht gut. Und ich glaube, der ist sehr gerade und sehr emotional. Aber er hat auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur, wenn es darum geht, wie er mit dieser Art Sachen umgehen soll. Und er hatte jetzt eine lange Auszeit. Und diese Auszeit hat er wohl genutzt, um ein bisschen klarzukommen, gesundheitlich sowohl als auch mental. Und jetzt einfach anders an Sachen ranzugehen. Und ich bin sehr gespannt. Ich gucke mir das Video auf jeden Fall an, weil ich war damals einer der Typen, der gesagt hat, ey, du kannst die Dinge doof finden, du kannst die Dinge scheiße finden und kannst auch erklären, wieso. Aber wenn du jemanden beleidigst in diesem Zusammenhang, dann entwertest du halt deine Aussagen. Das ist etwas, das er letztens auch angesprochen hat. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie diese Aussagen jetzt zu werten sind. Also mal gucken. Ihr seid perfide. Das Video ist hier 17 Minuten lang übrigens. Hochintelligent und wieder gleichzeitig auch dumm und sehr schmierig. Ihr lasst euch da in eine Opferrolle fallen. Ihr erwähnt mich zwar nicht, aber euch wird ja nur Unrecht getan im Jahr 2020. Das heißt, ich müsste euch ja auch Unrecht getan haben. Habe ich aber nicht. Weil ihr habt mir Unrecht getan. Aber egal, das Thema ist ja zu. Kann man sich ja die Reactions nochmal angucken von mir. Vier Stunden übrigens, allein die Reaction von ihm. Trotz der Beleidigung wird man, wenn man es genau guckt, sehen, dass ich recht habe. Das Geile ist jetzt aber, gestern sehe ich dieses Video, lach mich tot. Und denke, das reakte ich, wenn ich zurückkomme als Comeback-Video, als mein erstes. Und was passiert dann heute, was ich dann gepostet habe, mein letzter Post, wie gesagt. Ein Video kommt raus, wo gezeigt wird, dass Inscope die Leute verarscht, dass er eine Brille designt hätte. Ganz teuer, aufwendig. Das müsst ihr euch angucken. Geht auf YouTube und guckt Inscope Brille. Also guckt euch den Jahresrückblick an und freut euch auf meine Reaction, die kommt bei meinem Comeback. Das wird mir ein Comeback sein, diese Reaction. Guckt euch Inscope Brille an und guckt euch nochmal mein altes Video zu Tim und Nico an. Bitte, bitte guckt euch mein altes Video zu Tim und Nico an, damit ihr den ganzen Zusammenhang habt. Kennt man schon. Und es ist krass, ne? Die stellen sich am 1. Januar, als die Ehrenmänner und der Inscope ist so ein guter Typ und der ist so ein netter Typ und die wurden nur verarscht und nur betrogen. Nennen aber keinen Namen, also könnte man auch mich meinen. Sie meinen natürlich Philipp Polsch, aber mit Philipp Polsch, das stimmt so auch nicht, was die da erzählen. Was der Inscope da sagt, ist stimmt einfach nicht. Und das habe ich, ist übrigens auch in meinem neuen Mindset. Ich bin hier durch die Hölle gegangen, jetzt in Samorte. Und ich habe ein neues Mindset, das ich nicht mehr beleidigen würde, aber ich habe meine Skrupel verloren, knallhart die Wahrheit zu sagen. Matthias Clemens sagt, ich komme zurück, will aber nicht beleidigen und habe meine Skrupel verloren. Welcher fucking Skrupel, alter, what the fuck. Die knallharte Wahrheit ist einfach, die schieben da sehr, sehr viel auf den Philipp Polsch, was nur zu 60% stimmt. Zu 40% haben die beiden auch sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Ich weiß das zu 100%. Ich werde das auch nicht ganz ausplaudern, weil ein bisschen Skrupel habe ich noch. Na, wenn ich das reakte. Ein bisschen Skrupel hat er doch noch. Wird ich euch tiefenanalytisch und tiefenpsychologisch zeigen, wo und wie die lügen. Aber, wenn ihr euch dieses Brillenvideo anguckt, was dann am nächsten Tag rauskam, also dann heute oder das andere war gestern oder vorgestern, wird gezeigt, wie Inscope. Er hat 40% noch, er hat auch so ungefähr 40% Skrupel. Mal wieder seine Follower abzieht, indem er ihnen da vorgaukelt, so eine Designerbrette zu haben oder so, die man für 1, 2 Euro auf Alibaba kaufen kann und die er dann so hoch gepusht hat und für 75 Euro oder so an seine Leute verkauft. Statement von mir dazu übrigens, ich glaube nicht, dass er seine Follower bewusst abgezogen hat. Ich glaube, dass das eine ziemlich miese Aktion war von den Leuten hinter Retro-Schatten. Da habe ich ja auch mit jemandem gesprochen, da hat es ja auch Statement-Videos gegeben. Ich persönlich glaube nicht, dass das so passiert ist. Das ist aber meine persönliche Perspektive, das habe ich mir so, also ich habe Sachen angeguckt, weißt du, das ist meine 2 Cents. Also eine 1, 2 Euro-Brille, das ist dasselbe Schema wie mit Gamers Only. Oh fuck. Ich wollte zu einem Säk Plus weg, weil die Margen nicht groß genug waren ihm und wollte zu einer anderen Firma, wo die Marge riesig ist, um mir Geld abzukassieren und hat da sozusagen mich dann verarscht. Hört sich jetzt komisch an, aber guckt meine Videos, dann wisst ihr, wieso ich das als Verarsche sehe. Aber bitte, bitte, tut mir eingefallen, Leute. Schaut euch jetzt deren Jahresrückblick an, schaut euch sofort danach das Insko-Brillen-Video an, guckt euch nochmal meine Reaction von damals an. Oder die 4,5 Stunden habe ich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe viel beleidigt, das wird nicht mehr passieren, aber ich werde, wenn ich zurückkomme, mein Comeback-Video wird sein. Das erste, was ihr wieder von mir seht, es wird keine Story mehr kommen. Also es werden vielleicht hier so Vlogs kommen, diese Handy-Vlogs von hier, wo ich schon mal Mindset erzähle, was hier passiert und so. Ich werde euch so ein bisschen abzudiert halten, um mein Gehirn auch wieder zu aktivieren, weil man gar nichts tut, verdummt man auch ein bisschen. Aber das Comeback ist erst, wenn ich wieder zu Hause vor meinem Setup sitze. Alles, was ihr hier auf YouTube seht, ist vielleicht so ein bisschen Selbsttherapie und ein bisschen so ein paar Sachen ablassen, damit ich mich nicht tot langweile. Mein Comeback ist der Tag, wo ich wieder voll Instagram aktiv bin und der Tag, wo ich wieder voll auf YouTube aktiv bin. Also richtig aktiv bin und nicht hier so Handy-Vlogs drehe. Bis dahin bin ich offline. Wann das Datum ist, weiß ich nicht. Ich habe mir erst einen riesen Druck gemacht, dass es immer schneller, schneller sein müsste. Aber den habe ich verloren, weil es halt so viel Scheiße passiert, dass ich mir diese Zeit für meine Gesundheit einfach nehme. Und auch ganz interessant, ich habe vorhin eine Story gemacht zum ersten Mal und ich gucke eigentlich nie so auf diese, ich halte sogar die Hand davor, wenn ich eine Story gemacht habe. Also da das nur ein Teaser ist, ich würde jetzt hier mal das Video beenden, weil das ist ein Teaser. Matthias hat auch leider die Fähigkeit, sich sehr oft zu wiederholen. Ich will aber nochmal meine Two Cents abgeben, ich verlinke das Video trotzdem, weil jetzt hier nochmal ein bisschen Real Talk dazu kommt. Und ich möchte das nochmal sagen, ich glaube, dass es eine unglückliche Situation war, in die Inscope und Tim da reingegangen sind. Ich kenne die beiden nicht persönlich, möchte das auch dazu sagen, wir hatten nie Kontakt. Ich glaube, die sind mit mir auch nicht so, also die feiern den Scheiß, den ich mir mache, auch gar nicht. Ist ja auch okay, vollkommen in Ordnung, weil ich auch sehr, sehr kritisch an alles rangehe, was ich mache. Ich habe auch damals die SecPlus-Sache gecovert oder habe mir das angeguckt. Und in diesem Zusammenhang kann es halt sein, dass man mir negativ gegenüber eingestellt ist. Das ist aber auch okay. Ich glaube trotzdem nicht, dass es sich hier um einen bewussten, wir wollten den maximalen Profit geben, Scam handelt. Denn die Jungs haben in ihren Statements sehr gut gezeigt, was die Rechnung war und wie die Margen sind. Und das war eine 400 bis 450 Prozent, oder zwischen 350 und 450 Prozent Marge. Und jeder, der ein bisschen was mit Business zu tun hat, der Skaliere kennt, der die KLS-Methode kennt, der weiß, dass das eine gesunde Marge ist. Das ist eine gesunde Marge. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht haben. Was sie getan haben, ist sich auf jemanden zu verlassen, der halt leider ein Design gestohlen hat. Ein Design, das ziemlich einfach zu finden war. Das haben sie aber auch eingestanden und das will man dazu sagen. Sie haben sich hingestellt und gesagt, Alter, wir hätten besser gucken müssen, das war unser Fehler. Da haben wir die Basics nicht richtig gemacht. Und das ist etwas, da muss man halt sagen, ist okay. Also man kann jetzt jeder für euch sagen, der Fehler wurde eingestanden. Es ist eigentlich mehr oder weniger klar, wo ein Fehler gemacht wurde. Ihr könnt jetzt sagen, dass ihr es glaubt. Oder ihr könnt sagen, dass ihr es nicht glaubt. Ich glaube ihnen. Ich glaube ihnen. So. Das ist meine Position ist, dass ich ihnen glaube. Wir haben auch mit dem, also ich habe auch mit dem Retro-Schatten-Dude geschrieben und der meinte, ja, hier, das ist so und so und wir haben das und das gemacht. Ich glaube ihnen. Das ist nur meine Position. Ja, ich interpretiere da nicht so viel rein, weil das kommt dann immer so in diese Verschwörungssache rein. Ich glaube nicht, dass die das tatsächlich irgendwie auf Scam aufbauen wollten und die Worte, die sie in ihrem Statement gewählt haben, das kann man vielleicht irgendwo sehen. Ich glaube auf YouTube. Ich glaube ihnen. So. Was ich allerdings auch glaube, und das ist etwas, was ich in diesem Fall immer wieder sehe, ist, dass dieses aufgeblasene Unternehmertum mit, ich habe eine Firma, wir sind Designer, wir machen Produkte, wir sind Business. Ich weiß nicht, ob das die ideale Möglichkeit im Umgang mit einem erfolgreichen Influencer-Business, das man nebenbei hat, noch das Richtige ist. Warum konzentriert man sich nicht zu 100% auf das? Warum macht man nicht Fokus auf den Content, Fokus auf die Streams, Fokus auf YouTube? Warum macht man nicht das? Also ich weiß warum, aber ich versuche die Frage mal auf eine innere Selbstfriedensituation zu münzen. Das hat eher was mit Anspruch zu tun, vielleicht hat es ein bisschen was mit Gier zu tun oder der Tatsache, dass man nicht genau weiß, wann genug genug ist oder ob man mehr will, keine Ahnung. Wenn man etwas nebenbei macht, schön und gut, aber in diesem Fall wirkt es doch so, dass die unternehmerischen Erfahrungen, die die Jungs haben, immer wieder nicht ausreichen und es unter Umständen immer wieder passiert, dass sie in so Situationen kommen. Die Sache mit Level Up und hier Sec Plus, das hat ja Brücken verbrannt. Jetzt die Sache mit dieser Kollektion und der Brille. Ich meine, wie viel junger Unternehmer muss man sein oder wie lange kann man junger Unternehmer sein, weil man nicht weiß, wo in die Richtung oder in die Richtung was funktioniert. Vielleicht ist das einfach das Zeichen dafür zu sagen, ein bisschen kürzer zu treten, sich ein bisschen in dieser Sicht zurückzunehmen und zu sagen, hey, wir machen unser Business-Ding, unser YouTube-Ding. Das ist das, was die Leute feiern, darum kommen die Leute zu uns, darum gucken die die Videos, darum klicken die das an. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Wenn ich nebenbei alles durchführen würde, was als Idee in meinem Kopf ist, glaub mir, dann hätte ich auch, wäre ich wahrscheinlich auch in so vielen Sachen drin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es machen kann. Um das mal auf mich wieder zu münzen, Bruder, was ich schon für Ideen habe, ich wollte ein E-Sport-Team kaufen. Kein Jog, wollte ich machen, wollte ein E-Sport-Team kaufen. Kapital war da, ich dachte, gönne ich mir. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss, wenn ich das tun würde, weil einfach meine Idee in meinem Kopf sagt, ich mache das, dann muss ich aber auch dabei sein. Ich muss das umsetzen können. Ich muss es irgendwie durchziehen. Aber ich habe halt gesagt, nee. Und was sich als gut herausgewiesen hat, weil die E-Sport-Szene gerade ein bisschen, ich meine, es gibt keine Events, ja. Ich habe halt geile Ideen, glaube ich. Oder ich habe Ideen. Aber ich kann das nicht umsetzen, weil dann darunter mein Stream leiden würde. Ich kann es nicht machen. Weil wenn ich etwas tue, wo ich dann nur 5% meiner Zeit investieren kann oder nur 35, ich habe ja nur 100%, dann nehme ich halt die 35 aus dem Stream raus. Und das ist halt etwas, was ich nicht will, weil ich weiß, dass der Grund, warum ich mir Gedanken darüber machen kann, dass ich ein E-Sport-Team kaufe, nur entstanden ist, weil ich auf Twitch streame. Also warum soll ich die Leute, die dafür gesorgt haben, dass ich den Erfolg habe, den ich habe, dadurch bestrafen, dass ich weniger Content kreieren kann, indem ich mein erfolgreichstes Asset sozusagen reduziere? Nämlich den Stream. Warum soll ich den Stream zurückfahren, um einem Hirngespinst hinterher zu jagen, wenn der einzige Grund ist, warum ich dem Hirngespinst hinterherjagen kann, der Stream ist? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht skalierisch das auch nicht. Aber das geht halt nicht. Es funktioniert nicht. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Zumindest ein bisschen. Guck, wo du herkommst. Was hat dich groß gemacht? Guck, dass du dich ausprobierst. Aber ich meine, ganz am Ende, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich auch nicht wirklich gut in sowas. Aber hier drin bin ich richtig gut. Und das ist ein unheimliches Privileg, das zu machen. Darum, that's my two cents. Twitch Prime is not a crime. That's my two cents dazu. Da verliere ich einfach den Fokus. Ja, ja. 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 Ja, ja.